und kommen gleich weiter geht's hier in der scheiß stelle weg erschießen und gucken und nicht das wie ich irgendwie mag ich das ding nicht was haben wir denn jetzt hier auf der bahn schuss mehr raus was haben wir denn noch irgendwie geht doch meine fresse da liegt irgendwas und da ist auch irgendwas was ist das denn sushi oh thank you got we all love you alles weg rasiert im moment geht's ich mag die waffe auch total ihr merkt richtig wie gut sie ist auch ne sie ist besser als irgendwas anderes im moment was bist du denn wo ist der kuchen weg hier wollen wir hin hier wollen wir rein hier sind wir oh pandora ready leute ich bin es getan und sichert ich trinke noch irgendwas aus meiner fanta episch ich habe mir auch gedacht pit was machst du da für ein scheiß okay leute wir werden erstmal ein paar sachen aktivieren die wir haben schnell auflappbar die haben nicht mehr so viel fähigkeiten merke ich gerade aber wir haben ein paar wir auf jeden fall ein paar sachen machen können auf jeden fall ich würde sagen ist ja schon das ende was ist da los und was ist dahinter der mirror ein dunkler pit oh ne darf ich vorstellen der finstere pit er will uns aus unserem leben befördern oh oh ein neuer erzrivaliges aussie leute müssen wir jetzt den dark pit oder pandora machen ich werde erstmal für pandora obwohl ist ja eigentlich egal oder scheiße wo gehen wir rauf ich glaube jetzt erstmal bei pandora glaube ich weil pandora ist ja eigentlich unser gegner und ja ich sag ja ich glaube ich werde so überpowered Stufe 5 geschafft nice ist doch nicht schlecht kriegen wir auch eine waffe oh dark pit ist wohl nicht so gut Kischen essen wie mit Obstallergien was hat er denn jetzt gemacht jetzt hat sich die Macht von pandora genommen jetzt ist er noch stärker wie wir wahrscheinlich und er kann fliegen scheiße magas oh nein das geht mal gar nicht klar okay wir haben wir haben wir fluchte Hand und was ist denn wieper klinge sieht auch ganz nice aus jo kapitel 5 vernichte pandora ohne dabei den finstern pit ohne dass dabei der finstern pit besiegt achso der hätten uns geholfen nice hm drei minuten haben wir noch was machen wir guck mal was machen wir guck mal wie viel herzen haben wir denn wir haben jetzt 11.000 wir können uns die kaufen wir könnten uns boah die wär nice ey aha hm 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 nicht so mein Ding ich kann ja mal gucken bei Ausrüstung was wir haben ja ich hab mal die Waffe hier mit was für Wert kann ich die euch ja auch hier zeigen da die Werte sind da so mit Angriffswert ist ganz gut Schusswert auch ähm Dauerfeuer plus 4 das ist sehr geil da kommt Abwehr auch ähm ich würde mal sagen wir machen heute mal ein bisschen Waffenkombine noch und zwar was können wir kombinieren aus unseren neuen Waffen die wir haben das sieht auch ziemlich geil aus hm hat auch coole Punkte wir machen einfach mal und gucken einmal was das so wird zack und schon haben wir eine neue Waffe edel jetzt können wir zum Beispiel die Waffe benutzen unsere neue um andere dadurch herzustellen zum Beispiel die hier oder solche boah die sieht auch ganz nice aus ich würde auch guten Bonus bekommen viel Nahkampf komm wir machen jetzt einfach mal eine ausgegne Waffe scheiß egal ob es jetzt gut ist oder schlecht vielleicht kriegen wir was ganz schönes zusammen die ist auch wäre auch sehr gut im Nahkampf komm irgendwas bombiges ja okay wir testen unser neues Ding sag ich mal in Anführungsstrichen und da drücken wir auf alle einfach und gehen wir hier drauf einfach und probieren es einfach was ist das denn Elektrohammer sieht sehr eindrucksvoll aus macht jetzt nicht so doch 100 Schaden mit einem Schlag und dabei immer solche Muscheln funken und dabei immer solche Muscheln funken das ist sehr neus ja warum denn nicht das ist sehr gut eigentlich aber ich behalte erstmal meine Super Clown was kann man sonst noch eben machen Training das ist der schleudere Eier auf Ikaros um Ikaros frei zu schalten okay können wir machen ich weiß nicht was das ist okay legen wir mal ein Eich hinein können wir noch mehrere reinlegen fangen wir alles rein was wir haben okay und jetzt hallo haben wir jetzt erhalten Lauerlot okay mähm keine Ahnung Führer eigentlich hab durch okay das hier können wir wohl Sachen sammeln auch Schatz was haben wir hier denn ach so hier sind die ganzen Sachen geschnallen welche 5 50 Maus Joa nächsten oh das ist das nächste Kapitel finsterer Pit da können wir mal gucken Highscore war so und so ich könnte das gar nicht sehen ja da da 5